hi pyrus ja ihr merkt es vielleicht schon in meiner stimme wir haben eigentlich ganz zu berauschendes prospekt von lidl es gibt extrem krasse regionale unterschiede ich muss bei einer filiale nähe frankfurt am main gucken weil ich dort wie jedes jahr mein feuerwerk zünden werde und kaufen werde und dort auch feier ja ja fangen einfach mal an ihr werdet gleich merken warum ich enttäuscht bin ich hoffe an dieser stelle dass das nur eine vorab version ist von einigen artikeln und dass da noch ordentlich nachgelegt wird wir mir die laser ist eine kaufe empfehlung für drei euro oceans of light liegen lassen feuertopf kombinations batterie das discovery ist eine kaufe empfehlung meinerseits ist eine kleine batterie so groß wie die hand ungefähr aber mir persönlich gefällt sie deswegen würde ich die auch euch empfehlen aber guckt vorher videos bevor es dann heißt ja was hast du da empfohlen gleiche gilt für die hellboy auch eine schöne batterie mit crackling kann man nichts falsch machen meiner meinung nach ja die power batterie power box ewigkeiten dabei brauche ich nichts zu sagen dann haben wir hier schon mal ein artikel den ich noch nicht kenne aber für 5 euro 81 54 schuss da wird nichts verrauschen jetzt bei rauskommen auch ewigkeiten im sortiment space effekt batterie uranus ja kann man sich mitnehmen wer es mag so den effekt brauche ich ja nichts erzählen ihr kennt die bestimmt alle schon ist ja seit ewigkeiten wie angesprochen im sortiment das gleiche gilt für die happy sky die werde ich mir dieses jahr auf jeden fall mal mitnehmen ich wollte ich schon immer mal mitnehmen ja wir haben hier wenig zerleger drin viel mit kometen trotzdem ich würde sie mir mal mitnehmen leider teurer geworden die lord of whistle für die die auf die heuler batterien stehen ja das liegt daran dass wir statt diesen papphülsen statt den plastikhülsen jetzt papphülsen haben so rum ja aber kann man trotzdem noch mitnehmen für die die das ding mögen firefly ist eine kaufempfehlung ist ein richtig fettes teil guckt euch die videos an ist super batze ohne witz goldfinger ist eine kaufempfehlung ja wie der name schon verrät ihr habt ihr gold batterie mit bisschen fächer auch ja definitiv mitnehmen ebenfalls mitnehmen würde ich die black eyes auch ewigkeiten im sortiment wie die meisten artikel hier ja wir haben eine xxl fächer batterie auf jeden fall eine kaufempfehlung mit 47 schuss abwechslungsreiche effekte definitiv das video gucken und für die die sich aus kennen und die was zu kennen mitnehmen keine kaufempfehlung ist die angeblich premium effekt bombetten batterie queen of the night genauso wie die casino royal die teile sind einfach scheiße wenn man es mal ausspricht wie es ist lasst liegen da kriegt ihr deutlich bessere teile führen batterie spotlight würde ich auch liegen lassen weil es verbund ist batterie stardust ja ihr habt hier eine alligator drauf eine poison und 100 schuss von diesen power box teilen wenn ihr das einzeln kauft und verleitet seid ihr dann deutlich günstiger dabei dann haben wir hier perfect illusion auch im verbund daneben die showmaster für 29 euro dann haben wir batterie pure magic würde ich eine kaufempfehlung aussprechen schaut euch aber unbedingt das video vorher an das ding ist richtig geil leider ist der preis natürlich hoch aber ja für die die es mögen und das ding kennen auf jeden fall eine kaufempfehlung definitiv ebenfalls die kaufempfehlung spreche ich aus für das fire fantasy ihr habt ihr über 200 kleinteile ja ihr habt auch leider knallhapsen dabei ja ist ein familien sortiment definitiv mitnehmen wenn nicht sogar mehrmals kommen wir zu den raketen hier unten den highspeed bombs spreche ich eine kaufempfehlung für aus 8 raketen 10 euro super teile am besten mehrmals mitnehmen oder ihr greift einfach zum premium raketensortiment erwinner of rockets da haben wir ungefähr die gleichen raketen drin ja da habt ihr 20 stück für 20 euro circa würde ich mir auch mitnehmen aber ich nehme einfach beides einmal mit oder ich greife zum indianapolis ja kracher entfernung würde ich stehen lassen einfach aus dem grund ihr habt ihr 120 von diesen ekligen kleinen mini knallern drin das auszuwechseln mit ein paar d büller noch oder ein paar büller der c büller meine ich natürlich ja oder ein paar cracker rein das liegen das teil empfehlung auf jeden fall für knallbombetten flashbang sind bombenrohre kleine ja mit zerleger in der luft also quasi salutbombenrohre nenne ich sie jetzt mal ja definitiv einpacken da werde ich nichts sagen knallsortiment feuerfeger würde ich eine empfehlung für aussprechen ihr habt ihr über 60 einzelteile ihr habt ihr büller drinne frische römische lichter mini batterien fontänen cut 1 ist auch drinne definitiv eine kaufempfehlung dann kommen wir zum letzten artikel auf den rest brauche ich hier nicht eingehen das bombette auch seit jahren dabei für die die es lieben die können sich einpacken für die die es nicht kennen ihr habt ihr kleine fontänen und fontänen batterien drinne ihr habt auch zwei batterie mit zerleger die aquila das ist die umgelabelte wie heißt sie doch gleich die poison beziehungsweise reno arthus und wie auch immer die sonst noch genannt wird darüber habt ihr die kalimbo auch eine schöne batterie mit zerleger und alles andere ist halt ohne müsst ihr schauen ob euch das wert ist aber ja das war es leider für den prospekt ja wie ihr gemerkt habt ich bin leider etwas enttäuscht deswegen ja ich hoffe es kommt noch mal ein richtiges sortiment online weil wenn das wirklich alles ist und das auf regional dann bin ich echt enttäuscht ich hätte gern noch die die kubis das leuchtspektakel die alligator die power up und die beastmaster fehlt mir die daredevil das sind so die teile die ich halt noch gerne haben wollen würde ja und dafür dann durch etliche lehnen zu fahren das ist es dann halt auch nicht wert ich hoffe dass das noch online geht und dass das nicht wirklich auf die regionen hier beschränkt ist das wäre sehr traurig aber dennoch ja mit etwas niedengeschlagener stimmung bedanke ich mich bei euch für's zusehen abonniert doch einfach meinen kanal um nichts mehr zu verpassen wenn ihr die glocke dann noch aktiviert und wir sehen uns im nächsten prospekt video wieder was hoffentlich besser ausfällt